Hi, ich bin Jan aus Deutschland. Ich bin auch nach Istanbul gekommen, um mir die Haare funktionieren zu lassen. Das habe ich im Internet gefunden. Die Informationen, die ich gefunden habe, waren sehr vertrauenswürdig und der erste Kontakt hat das Ganze bestätigt. Die Betreuung war von Anfang bis Ende eigentlich ziemlich gut. Das heißt eigentlich, es war ziemlich gut. Ich wurde vom Flughafen abgeholt, habe sämtliche Informationen vorab bekommen, jede Frage beantwortet bekommen. Wurde dann als erstes ins Hotel gefahren. Ziemlich angenehmes, ziemlich gutes Hotel. Das Ganze hat jetzt drei Tage in Anspruch genommen. Wurde dann erst noch. Der erste Kontakt war dann mit dem Arzt, der hat mir erklärt, wie alles abläuft. Und die OP hat relativ lange gedauert, aber alles in allem nicht wirklich dramatisch. Und jetzt im Anschluss habe ich noch die Haarwäsche gezeigt bekommen. Ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir schauen jetzt, wie sich das Ganze entwickelt. Das Team war super kompetent und extrem nett. Es gibt auch Übersetzer. Ich glaube sogar in jeder Sprache. War für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber die Möglichkeit bestand. Und auch Dr. Baili extrem professionell und konnte einem ziemlich präzise erklären, warum er wie, was macht und was er dann auch entsprechend empfiehlt.